Für mich hat die Hochschule der Zukunft auf jeden Fall mehr Platz für Studenten und Studentinnen, weil vor allen Dingen ich das Gefühl habe, dass es hauptsächlich um Forschung geht, Lehre ist so beiläufig am Rande. Die Studierenden haben weder einen Raum an der Uni, der öffentlich sichtbar ist, wo alle hinkommen können und einfach ihre Zeit verbringen, noch haben sie großartig viele Mitspracherechte, wie ich finde. Und die, die sie haben, die sind so versteckt, dass die meisten daran gar nicht teilhaben und gar nicht davon Gebrauch machen. Auch diese Einstellung, ja, können da sowieso nichts ändern, das ist schon seit 100 Jahren so, vor allem an großen Unis da was zu verändern, das ist so mühsam. Deshalb würde ich mir wünschen, dass da mehr das Potenzial, was in den Studentinnen und Studenten liegt, mehr freigesetzt wird und mehr genutzt wird.